Amachut Wir wollen schauen, wie lange sie es durchhalten haben, ohne dass er mit dem Kopf anfängt. Ein verdammtes alter Kerl im Verreckten. Er hat recht. Ohne? Ja, Kopf schütteln. Sie meinten, sie sind wegen der Flüge. Ja, das kannst du versorgen, das ist nicht wegen der Flüge. Nein, nein. Sobald die Züge ein bisschen durchhalten, dann spenken. Oder? Wir wollen nur das Heu-Programm-Gut werden. Dann sind wir schon zufrieden. Aber jetzt kann ich heute, die hinteren Zeit laufen können. Hier bleiben! Hier bleiben! Hier bleiben! Ach so, so. Er reicht es schon. Ja. Das gelingt, sich manchmal zu viel aufzuholen. Wenn er einen am Tierslap macht, dann können wir jedes Mal einen Gingeln. Aber da vorne ist ja ein Zwichten weg, oder? Aber er muss einfach zwei haben, die den Takt gehen. So, mein Freund. Was ist passiert? Ich bin im Grunde an der Freundschule im Besuch. Hast du gesehen? Nein. Nein, sicher. Du siehst ja auch gut, oder? Ja, warte, jetzt ab. Die Frage ist, ob es positiv ist. Ja. Am Ende ist er zu fliegen. Das ist ein falsches Problem, oder? Ja. Das stimmt, oder? Das ist jetzt schon sehr kalt. Jetzt arbeiten wir. Und fahren. Ja. Dann hast du vielleicht zu drückt, als du da drüben hättest, oder? Ja. Sobald die Leine ein bisschen den Kontakt verliert zu der Leine, fängt er an um Achterberg, um sich zu lösen von der Hilfe. Sobald die Leine, fängt er an. Sobald die Leine, fängt er an. Sobald die Leine fängt er an, fängt er an. Rufen an! Ja! Ja! Das hat uns wenig. Das ist ein bisschen tot alt, oder? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute.